eine flache Luftdruckverteilung. Und mit dem geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Bla bla bla. Oder hätte ich das Ganze auch machen? Was? Und darum geht es jetzt auch die Nacht so weiter. Entschuldigung natürlich für die Störung. Wir haben gemeint, weil wir Tonprobleme haben, wir sind ja gar noch nicht auf Sendung. Jetzt also die Nacht geht. Die Temperaturen zurück.